Musik Emma und ich spiele seit dieser Saison für den FC Speyer 09 in der Bundesliga. Ich bin hier sehr glücklich und bin froh für Speyer spielen zu dürfen. Wenn du auch Bock hast in der Bundesliga zu spielen, dann komm doch zu uns, zeig was du kannst und hab Spaß. Hallo, mein Name ist Steffen Stadler und ich bin seit zwei Jahren hier Trainer bei der U17-Judor mit dem FC Speyer. Davor war ich vier Jahre beim Karlsruher SC in derselben Bereich tätig. Wir suchen aktuell für die neue Saison, um unseren Kader für die U17 in der Bundesliga wie auch unser Nachwuchsteam neu aufzustellen. Verschiedene Spielerinnen des Alters 2004 bis 2007. Dazu rufen wir auf über diese Saison und suchen dich. Ja, es wäre sehr schön, wenn du dich mit uns in Verbindung setzen würdest, da wir recht schnell unsere Kaderplanung für die neue Saison abschließen möchten. Vielen Dank. Musik Hey, ich bin Alice Schaenspieler seit einem Jahr beim FC Speyer 09 in der U17-Bundesliga-Mannschaft. Wenn du Lust hast, dein Talent weiter auszubauen und dein Ehrgeiz zu zeigen, komm zu uns. Du hast jede Menge Spaß und es von allen Seiten unterstützt. Musik Hallo, mein Name ist Thomas Zander. Ich bin der Vorsitzende des FC Speyer 09. Und unsere Mädchen-U17-Mannschaft spielt seit der Saison 2017-2018 in der Bundesliga. Darauf sind wir sehr stolz. Auch unser Nachwuchsleistungsteam, darunter die U16-Mädchen, spielen in der Landesliga Ost-Großfeld. Wir suchen euch. Kommt zum FC Speyer 09 und ihr findet einen Verein vor, der sich um euch kümmert. Im Hintergrund seht ihr unser neues Nachwuchsleistungszentrum, Jugendförderzentrum von Anpfiff ins Leben, das wir gemeinsam mit der Dietmar Hauptstiftung bauen. Das wird im nächsten Jahr fertiggestellt und da gibt es dann auch, wenn ihr Probleme haben sollt mit der Schule, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenbetreuung, denn wir kümmern uns. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Melde dich. Vielen Dank. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020